Was geht, Leute? Mein Name ist Alien Fox. Willkommen zur nächsten Folge von Elden Ring, Folge 19. Wir werden langsam besser. Wir haben zwar kein Duel-Wield, es wird wahrscheinlich auch kein Duel-Wield mehr werden, denn ich glaube, blocken, ob ich möchte oder nicht, ist, glaube ich, das Beste, gerade für die Counter-Attacks, die ich hier in diesem Spiel sehr lieben gelernt habe. Und deswegen gehen wir jetzt runter, gnadenlos, Richtung Blutrund. Ich hoffe, ihr seid dabei. Let's fucking do this. Clea! Let's fucking do this. Der Bluthund hat die Katana? So was von holen wir uns, den Bluthund. Aber sowas von. So, aber bevor wir uns den Bluthund knöpfen, möchte ich noch was gutheißen. Und zwar, da oben ist dieser NPC, den ich mal ganz kurz angekratzt habe und der mir das Leben zur Hölle gemacht hat. Und schaffen wir den eigentlich? Komm, den will ich auch ausprobieren. Da. No. Den mache ich nicht. Never. Nee, 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 nee. Der hat da wirklich ein Hit gemacht und ich war down. Wirklich, wirklich ein Hit. Das kannst du knicken. Aber ich muss jetzt mein Zeug nochmal zurückgewinnen. Also, wenn ich mir vorstelle, von denen gibt's doch wahrscheinlich Haufen. Geht nicht anders, ich muss. Nein! Der wird ja mir, der wird ja mir wohl nicht ewig hinterher rennen, oder? Aber andererseits... Nee, der haut ab, oder? Aber ist der erste Endboss hier? Dann könnte man doch vielleicht schaffen... Nee, ja gut. Komm, lass mal, lass mal. Das ist ja noch frustraner als so ein Bär. Ein Schlag und Tod. Obwohl ich gut Schaden gemacht habe. Ich habe ihn, glaube ich, einmal gehittet und dann war ja schon was weg. Ich glaube, ich... Weiß es nicht. Aber den einen sollte ich schaffen, den NPC. Das Blöde ist halt, wenn ich jetzt da ständig sterbe. Na gut, ich muss halt schnell sein. Und vor allem an einer Stelle sterben. Wo ich auch wieder rankomme. Weil wir machen mal eins. Soll ich meine Hunde holen? Oh, oh. Aber den sollte man schaffen. Alter. Ein bisschen Schaden habe ich gemacht. Aber der hat halt schnelle Hits. Oh, der hat sich auch. Und das ist schon wieder für eine Attacke. Alter. Es gibt Leute, die schaffen, den Tree Sentinel direkt bei der ersten Begegnung nach 140 Versuchen. Und da hat er so schnelle Attacken. Und da hat er so schnelle Attacken. Wieder mächtig einer auf den Sack hier. Wie heißt der NPC? Irgendwas mit Veil. So, wir machen jetzt eins. Ich hole meine Wölfe. Mit denen sollte ich das schaffen. Weißgesichtiger Varee. Ja gut, Veil ist ja... Das ist das Gleiche. Hallo, Wölfe. Ich brauche euch. Warum bin ich so geizig? Geirg meine ich. So, hab ihn. Blutiger Eiterfinger. Und was kann so ein blutiger Eiterfinger? Versuche eine Vision der Welt... Versucht eine Invasion der Welt anderer Spieler. Ich glaube, du hast eine komplette Questlein zerstört. Ja, aber ich konnte ja sowieso nicht mehr mit dem interagieren. Der hasst mich bis auf den Tode. Da ging nichts mehr. Ja. Man kann ja NPCs mit Absolution zurücksetzen. Was ist Absolution? Ist das ein Zauber? Ja, jetzt vorbei. Ist er jetzt komplett... Der ist jetzt für immer weg, oder? Scheinbar. Irgendwann habe ich jetzt einen ekligen Eiterfinger bekommen. So, was haben wir hier? Nord... Ah, das sind die... Händler. Wir gehen... Wir gehen den oberen Weg. Ja, ein bisschen blöd. Gut, ich könnte auch... Es kann sein, dass du den später wiederbeleben kannst. Da gibt es ein Item dafür. Ah, okay. Gut, dann machen wir das auf jeden Fall. Wir holen ihn wieder. Und dann sollte wieder gut sein. Vor allem, mir fällt ein... Wollte ich nicht eigentlich woanders hin, als ich den unteren Weg gelaufen bin? Ich habe da so eine Gegend gesehen mit... Mit ganz vielen, äh... Astralschwertern. Da wollte ich eigentlich rein. Sieht man die von hier? Aus der Ferne habe ich die ganz gut gesehen. Wollte da eigentlich hin. Ich weiß aber gar nicht, ob das hier war. Mit der Invasion kannst du jetzt nämlich bei anderen machen. Mit der Invasion. Ja, wenn ich gut bin. Das heißt, nicht, dass Gegner... Dass, äh, ähm... Dass, dass, dass... Dass da einfache Gegner kommen. Du könnt mich genauso... In den Arsch treten. Oder? So, haben wir wenigstens alle. Purpur. Aber ich glaube, ich hatte davor schon alle Purpur. So, so, die nehmen wir auch... Auf jeden Fall auch mit. Gibt, glaube ich, insgesamt 1000 Punkte. Komm gleich auf die Fresse, ey. So, Nummer 1. Fahne kann man die Truhe nicht mehr nutzen. Die sind ja schon... Geholt. Oh. Fuck, den habe ich gar nicht gesehen. Fahne da aus dem Nichts. Ich habe ihn nur gehört, wusste aber nicht von wo. Easy. Den haben wir. Schmiedestein hat's bekommen. Holzen. Holzen. Wie einfach das jetzt geht, die... Umzunieten. Und das mit einem normalen Schwert ist ja kein Greatsword, was ich habe. Trotzdem recht schnell. Das ist wirklich an meiner Stärke liegt, ich weiß nicht. Wirklich an Stärke habe ich nichts gemacht. Das ist einfach Übungssache. Ich werde besser. Aber gierig oder geizig oder wie auch immer, bin ich trotzdem. Okay. Okay. Das war... Pit. Ja, trotzdem gut rein. Vergoldener Großschild. Ach, geil. Nur blöd, dass wir keine... keine Schilde nutzen. Falsche Taste. Oder nicht gedrückt, einfach. Oh, hör auf! Die Kamera wieder zu flippen. Ah! Okay. So, wir müssten alle haben. Das ist auch nix. Wie viele Punkte hat es jetzt gegeben? Ja, tausend, glaube ich. Ungefähr. Trotzdem muss ich zurück. Hast du so ein... Zweihänder? Ja gut, ich weiß nicht. Nachher gefällt mir der Zweihänder nicht. Gut, aber wir sind, glaube ich, allgemein schneller, weil wir... mehr Tragekraft haben. Glaube ich. Allgemein bin ich ja schneller. Deswegen denke ich mal, Stärke ist das eine. Einfach nur, um die Waffe tragen zu können. Aber Konstitution, um mehr tragen zu können, ist, glaube ich, schon... das, was mich hier so schnell gemacht hat. Oder allgemein schnell macht. So, aber da gehen wir jetzt weiter. Die machen wir jetzt nicht nochmal. Einmal reicht. Ich wollte eigentlich nur... Ah, Dreck! Ich wollte nur einen Run machen. Aber den nehmen wir noch mit. Und weiter geht's. Wo haben wir jetzt? Oben geht's, glaube ich, zum Wald. Zu den Bären. Da wollen wir nicht hin. Bin ich den oberen Weg gegangen, gelaufen? Bin ich sicher. Patzer bekommt 19 Fox Points für das Finden einer kleinen Truhe. Hier, den. Bleib stehen! Zack! Oh, wehe. Der macht mich jetzt fertig. Um zwei! Oh, shit. Das war wieder richtig dumm von mir. Mit dem Großschwert ging das eigentlich ganz nice. Weißer, ey. Jetzt kriege ich die schon nicht mehr. Ich kann die halt auch nicht mehr stacken. Okay, oh! Ah. Es hätte ja so einfach sein können. Wo ist jetzt? Ah, direkt da unten. Immerhin. Gleich in der Nähe. Waren wir hier? Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Ja, doch. Ich glaube schon. Dass wir hier schon mal waren. Oder? Oder? Nee, Wölfe hatten wir davor, glaube ich. Noch gar nicht. Nee, hier waren wir noch nicht. Deswegen. Ran an den Speck. Aua. Ausreichen! Ausreichen! Oh, nein! Oh, nein! Ah. Hier wäre ein bisschen blöd zu sterben. Ah, so kriege ich ihn also. So kriege ich ihn einfach. Rannenspeck stirbt, wäre so eine klassische Abfolge gewesen. So wieder so typisch. Okay, so kriege ich den Reiter. Ich brauche meinen fucking Blocken. Ohne Blocken geht gar nix. Na, kommt. Ah, falsch. Alter. Wow. Ich werde es nie lernen. Ich werde es nie lernen. Ich sage es euch. In tausend Folgen werde ich es nicht lernen. Nie. Niemals nie. Verzweifelt. Oh ja, wenn da jetzt gleich der Reiter kommt, dann bin ich, dann, da habe ich, da habe ich glitten. Lieber nur einzeln. Dann haben wir. Wir sind jetzt bei Folge 90, also brauchst du saves so um die 2000. Definitiv. Definitiv. Sehe ich genauso. Ah, hier ist blöd, hier ist blöd. Ah, Dreck. Shit, 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 shit. Oh, shit, shit. Fuck. Oh, und jetzt hat der mich auch schon gesehen. Hat er mich gesehen? Nee, er hat mich nicht gesehen. Gut, er verzieht sich weiter, aber den anderen kriege ich. Ah, jedes Mal. Seine Power-Folge. Aber immerhin nicht im Lager gestorben. Das wäre halt bitter, eben im Lager zu... Oh, kamerai. Er. Ach. K.O. Wie war das nochmal? Ich habe gelernt, nicht gierig zu sein. Oder geizig. Oder wie auch immer. Ich bin aber nicht gebacken hier. Ich bin aber nicht gebacken. Ich wollte jetzt mal testen, wie das ist, wenn ich jetzt zu Dauer blocke. So einzelne Hits blocken, okay. Aber so Schlagabfall, dann ist meine Ausdauer gleich down. Das ist auch nicht the way to go. Wahrscheinlich mehr ausweichen. Was ja schon die ganze Zeit das Thema ist. Mehr ausweichen. Oh Gott, bin ich blöd. War das wieder dumm. In seinem finalen Schlag versuche ich anzugreifen. Das kann ja nichts werden. Scheiße, was mache ich hier? Ah, bin ich sicher jetzt noch High-Five geben. Das wäre mega die Dimitri. Oh Mann. Jetzt genau vorm Eingang. Was ist denn eigentlich mein Plan? Was erhoffe ich hier? Kann mir jetzt mal jemand erzählen? Ich möchte alle Gegner killen. Ja, ja. War jetzt auch noch Werbung. Schnell kurz in Sicherheit gehen. Runen wieder beschafft. Hier war ich definitiv noch nicht. So. Wollen wir kurz Werbung rein. Wir sehen uns gleich wieder. So, willkommen zurück. Ich habe da gerade mal runter geschaut. Hier sind viele Leichen. Das ist bestimmt auch was Großes. Also wie machen wir das jetzt hier? Ich glaube... So jung kommen wir nicht mehr zusammen. Ich habe ja nicht mal einen gerade. Los mal von der anderen Seite. Was ich mir daraus erhoffe... Da ist auf jeden Fall irgendwas, was ich looten möchte. Da leuchtet was. Und das werde ich mir holen. Und wenn ich Jahre brauche dafür... Theoretisch, warum mache ich mir eigentlich einen Stress? Hol meine fucking Wölfe. Und los geht's. Wir gehen jetzt auf den Kleinen los. Das ist schon mal sehr gut. Ruhe! 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 Wölfen geht. Ist klar. Oh shit. Sag dich und sterb schon wieder halber. Oh fuck. Hoffentlich schaffen die den da. Ah Mist. Yes! Geht doch. Da ist noch einer. Die Wölfe sind einfach nice. So. Hab alle meine Flask wieder. Und das wollte ich eigentlich holen. Ah. Für Rüstungsschmied. Okay. Was können wir hier? Objektherstellung. Können wir dann schon irgendwas Rüstungsschmied mäßiges machen? Ne. Wirklich nicht. Waffenüberzug. Oh Waffenüberzug gibt es? Schnelle Waffen verursacht Feuerschaden. Was brauchen wir dafür? Wurzel, Harz und schwellende Schmetterlinge. Gegenbogenpfeile. Aber das ist auch ein Verbrauchsgut. Geht er dann wieder weg, glaube ich. Da bin ich durchgehend. Na gut. Weiter geht's. Da sind noch Wölfe. Da ist ein Alpha Wolf auf jeden Fall. Naja. Viel zu weit weg. Aber die laufen ja eh hier im Kreis. Und die sollte ich schaffen, die Wölfe. Es sind zwar viele. Aber die halten nicht viel aus. Oh shit. Das war wieder blöd. Oh shit. Das war wieder blöd. Wo ist er? Unsere Wölfe? Okay. Alpha Wolf ist da oben. Nehmen wir den schon mal. Ja. Daneben wieder. Oh shit. Okay. Ein Wolf gegen einen. Shit. Yes. Okay. Dann haben wir meine nächste Beute. Goldene Runen. Ja, immerhin. Von mir aus. Kann man machen. Vorsicht vor Wolf. Sag bloß. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Was haben wir hier in diesem Areal noch? Ist da ja irgendwas noch? Was ist das für ein Weg? Geht's so unter der Brücke? Aber da ist auf jeden Fall was Großes. Und da unten auch. Ist aber... Ne. Blutfleck berühren. Wir und Tobi allieren, die zu den Wurzeln heimkehren. Okay. Gehen wir da runter? Auf jeden Fall. Wir wissen mit dem Dude. Oh shit. Es war so klar. Es war so klar. Aber der hat so... So schlecht zu manövrieren, dieses Paird. So, das ist ja hier auf diesem Marianngraben da unten. Was wollte ich da hinbekommen? Ah, da sind die Schwerter. Das sind die Schwerter, die ich gemeint habe, wo ich eigentlich hin wollte. Okay, da kann man nur was lesen. Aber eigentlich will ich jetzt nicht lesen. Ich möchte meine 6000 Runen wieder zurückholen. Die muss ich hier jetzt runter. Und das am besten ohne zu sterben. Du, blödes Vieh. Shit. Wie mache ich das jetzt? Äh. Oh Gott. Das war wieder knapp. Eine falsche Bewegung. Weil das Pferd kann, glaube ich, nicht rückwärts laufen. Ja, dann nimmt er trotzdem einen Ausfallschritt nach vorne. Okay, hier irgendwo kann man doch bestimmt easy runter, ohne zu sterben. Es sind so viele gestorben. Ich muss auf jeden Fall runter, ohne zu sterben. Ich darf mit keinem Gegner kämpfen, solange ich nicht meine Runen wieder habe. Hier, hier ist doch bestimmt ein... Das ist eigentlich der Weg. Ja. Okay. Ich muss zugeben, ich hätte echt lachen müssen, wenn du da jetzt einfach jetzt wieder... Ja, ja. Boah, ich... Ich glaube, ich hätte geweint. Ich hätte richtig geweint, glaube ich. Oh ja, einmal Feuer fett. Sehr gut. Und ich sagte, keinen Gegner angreifen, solange ich nicht meine Runen wieder habe. Was ist jetzt? Hier unten kann ich mein Pferd nicht... Oh shit. Oh shit. Oh shit. Was, die sind da oben? Hätte es das ausgeschaltet? Was ist denn ausschalten? Oben ist es. Meine Runen sind oben. Oh, der läuft uns immer noch hinterher. Invasion. Einfach die Online-Funktion ausmachen. Was ist das jetzt die Invasion? Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Ich muss meine Runen wiederholen. Oder ist die Runen jetzt in dieser Invasion nicht möglich? Ich weiß, dass das ein echter Gegner ist. Das ist mir schon klar. PvP. Ja, 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 ja. Das ist mir schon klar. Aber wenn ich jetzt hier sterbe... Und ich werde definitiv sterben bei diesem Gegner. Okay, läuft mir nicht mehr hinterher. Okay. Dem ist das wurscht, ob du deine Runen willst. Ich weiß. Kann ich mir gut vorstellen, dass dem das wurscht ist. Das heißt, die sind noch oben. Die sind nicht unten. Wunder, dass ich das überhaupt überlebt habe. Voll gut ausgewichen bei dem. Der hat eine Null Chance. Der konnte mich nicht kriegen. Im Verkampf wäre er tot gewesen. Und ich sehe, die ruhen jetzt oben. Hä? Nee, die sind unten. Ach nee, da. Kleiner Schritt nach unten. So. Okay, wie machen wir das jetzt ohne zu sterben? Was ist die nächste Stufe? Hier unten, direkt vor uns. Gehen wir denn auf den Sack. Warum sollte ich jetzt hier runter? Ich habe so das Gefühl, dass es gar nicht gut ist, dass ich hier unten bin. Und du sagst, Invasion ausschalten. Wo ist denn das? Gibt es nichts mit das Ausschalten? Fuck. Schwacher Feind voraus. Vielleicht gibt es da eine Gnade oder irgendwie. So was? Oh ja, eine Gnade. Typ Flusskatakomben. Immerhin. Oh mein Gott. Wie ist das wieder heavy hier? So, wir bänden jetzt mal die Folge. Und dann erstmal Luft holen. Und dann machen wir diese Katakomben. Wie, also, ja, keine Ahnung. End der Episode? Oh, was soll ich sagen? Nächste Katakombe. Ich habe so das Gefühl, das könnte gar nicht mal so einfach werden. Viel zu viele Blutzlecken wieder da. Aber vielleicht ist Endpost gar nicht mal so schwer. Mhm. Gar nicht mal so schwer. Wir werden es sehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. In diesem Sinne, euer Fox. Fox out. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fox. Bis zum nächsten Mal.